Go. Das Datum der Erstausstrahlung dieser E-Nachrichten war der 14. Dezember 2022. In der Welt der Wissenschaft gab es heute blendende Neuigkeiten. Bisher schien man die Herstellung schnitzieller Glocken, die anrollbaren Erinnern. Scheiße. Für Schicht unnötig. Aber dem Team von Professor Woll ist genau das in der letzten Nacht gelungen. Damit dürfte einer der Favoriten für die 4A-Auszeichnung bereits feststehen. Wir gratulieren recht herzlich. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung befragt. Hm? Ich sollte mir das Lachen verkneißen. Da krieg ich glatt gute Laune. Fuck off. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Hamburger Brunahe. Der 15. Dezember war das 10. Datum dieser E-Nachrichten. Hurry up, hurry up. ßбäck. sag. Das ... größt Schicht,